Sie wollen also wirklich weismachen, dass Sie den Hype-Waste-Berlin über den Kennzübergang und dann quere den russischen Sektor gewarnt haben, ohne zu merken, dass hinter Ihnen eine Welche sitzt. Ja. Unsinn. So blöd kann doch keiner sein. Doch, Herr Popol, 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 draufhaut. Ich bin so blöd. Sie wollten mich sprechen, Herr Kommissar. Ja, ich will. Lass mal auf, du alter Wurzelse. Herbie Melbourne erschreckt sich nicht gerne, wenn er singt. Schön, Junge. Jetzt spielen wir Toti, Herr Becci. Toti, Herr Becci. Du bist in Sagi und ich nicht, Herr Becci. Wir haben aber keinen Sagi. Ah, Schranki, Sagi, Paletti. Komm, spiel ich. Spiel ich. Du Sagi. Sagi. Spiel, spiel, was? Das Spiel ist aus, Brüderchen. Mann, hab ich einen Spiel gehabt. Die Geschichte glaubt mir ja keine Sau. Herbert, die sind hinter dir. Pass auf. Das ist gut! Das ist gut! Dieter Hallervorden, der Schnüffler